Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Mr. Falcon nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge, alles bestens. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott, oder dein Vaterland. Meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate, möge meine Seele in der Hölle brennen. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito.